Grüßt euch meine Lieben! Ihr beschwert euch ständig, dass ich immer eine Sonnenbrille anhabe. Heute habe ich mich extra für euch schön gemacht und mich extra bemüht für euch so auszusehen und mir Make-up aufgetragen. Ich hoffe, es gefällt euch. Da ich euch bereits erzählt habe, dass ich mich normalerweise ständig im Home-Office befinde, möchte ich daher meine Haut schonen und deshalb versuche ich mich nicht zu schminken. Schaut, mein Kätzchen mit dem Namen Lissi ist auch bei der Aufnahme mit dabei. Sie entspannt und relaxt den ganzen Tag. Ist sie nicht niedlich? Lissi sagt den Zuschauern Hallo! Sie ist etwas schüchtern, meine Lieben. Heute wollte ich euch Folgendes erzählen. Das ganze Problem der Menschen ist, dass ihnen von Kindheit an nicht beigebracht wird, dass wir nicht nur physische Wesen sind, die sich in diesem Körper befinden. Und das war's. Wir haben noch parallele Leben. Wir haben noch subtile Körper. Feinstoffliche Körper. Wir haben drei Arten von Energien, die für verschiedene Aspekte verantwortlich sind. Und wenn ein Mensch energiekompetent wäre, dann würde ihm vieles Neues in seinem Leben gelingen. Und dann gäbe es auch keine Verlierer. Es gäbe auch keine dummen und naiven Menschen. Jeder würde sich in seinem eigenen Tempo weiterentwickeln und voranschreiten und wäre als Mensch somit auch vernünftig. Daher empfehle ich euch, mit der Selbstentwicklung und Selbstbildung zu beginnen. Bildet euch bitte weiter, meine Lieben. Mittlerweile gibt es sehr viele Informationen im Internet. Konsumiert aber keinen Informationsmüll. Beginnt euren Weg mit der Selbstbildung. In diesem neuen Jahr 2022 wünsche ich euch viel Erfolg. Ich glaube an euch. Ihr schafft das. Euch wird alles gelingen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020